Hallo, ich bin Lucy, dein persönlicher Lernavatar. Heute erkläre ich dir, was Verben sind. Verben sind die Motoren der Sprache, sie bringen alles in Bewegung. Ohne Verben würde die Welt stillstehen, denn Verben sagen uns, was passiert, was jemand tut oder was geschieht. Sie sind die Wörter der Aktion und des Lebens. Stell dir vor, du siehst einen. Hund, wenn wir nur sagen, da ist ein Hund, ist das ziemlich langweilig. Aber jetzt füge Verben hinzu, der Hund rennt durch den Park, bellt laut und springt in die Luft. Plötzlich siehst du den Hund vor dir. Er bewegt sich, er lebt. Die Verben haben die Szene zum Leben erweckt. Verben beschreiben, was Menschen, Tiere oder Dinge tun. Du wachst morgens auf. Du streckst dich, gehst in die Küche und trinkst einen Kaffee. Hier haben wir Aufwachen, Strecken, Gehen und Trinken, lauter Verben, die deinen Tag in Gang setzen. Ohne Verben wäre dein Morgen nur eine leere Hülle. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Die Sonne scheint, die Vögel singen und der Wind weht durch die Bäume. Alle diese Verben scheinen. Singen, Wehen lassen dich spüren, was in der Natur passiert. Du kannst die Wärme der Sonne, das Zwitschern der Vögel und das Rauschen der Blätter direkt vor deinem inneren Auge sehen. Verben zeigen nicht nur körperliche Aktionen, sondern auch Gefühle und Zustände. Du kannst lachen, weinen, lieben, träumen oder nachdenken. All diese Verben beschreiben. Was in deinem Inneren passiert. Ohne Verben wäre die Sprache wie ein Bild ohne Bewegung. Ein Film, der nie anfängt. Mit Verben hingegen beginnt die Welt zu leben, zu atmen, sich zu bewegen. Sie lassen uns erzählen, was wir tun, fühlen oder erleben und machen aus einer statischen Beschreibung ein spannendes Abenteuer. Verben sind das Herz der Sprache. Sie Machen alles lebendig. Verben sind das Herz der Sprache.